ja wie haben sie das erlebt hier ich wollte gerade zum bett gehen und da hörte ich nur noch ein knallen als wenn irgendwo eine bombe geplatzt ist und dann sind wir raus und alles war kaputt das dach lag auf der straße das auto liegt auf dem anderen so was haben wir noch nicht erlebt ja ich lag im bett am schlafen und dann wurde das windig ich denke auch machen wir das fenster zu und dann hörte ich nun knacken und da habe ich gedacht da kann nicht stimmen und dann kam auch schon der baum und dann bin ich einfach nur unter gerannt bin noch die treppe runter gefallen ja und dann sage ich das ganze chaos schon also das war schon extrem weiß ich nicht also so dass das so schnell geht das kann man gar nicht begreifen wie lange hat das ganze gedauert ungefähr fünf minuten keine ahnung also man war so geschockt hat man gar nicht mehr so nachvollziehen kann aber länger als fünf minuten garantieren nein ich hab dir schon auch mal gesagt hier sollten zwei einheiten bilden hier kriegt ein anderer aufpassen einmal fahren